Franzi? Ja? In Kanada wurde ein Biber verhaftet. Was war das für Schüsse? Könnt ihr die mal klippen, bitte? Ich brauch die. Von Frau Oy. Weil Otcher aber auch smart sind. Ich hoffe, ihr habt eben letzte Runde Mango zugeguckt. Auf der Map müsst ihr ganz besonders auf den mit Sniper aufpassen. Ohne Scheiß, dann ballert die Headshots raus. Das war insane einfach nur. Das fand ich auch ne Frechheit. Danke, ich weiß selbst nicht, was da passiert ist. Ich bin einfach im Laufen hingefallen. Ja, ich hab dich so mies gehackletzt über die Wände weg. Das war richtig krass. Und Peter war halt einfach nur witzig. Der stand halt vor mir. Ja, ich dachte, ich guck mal, was er macht, wenn ich kurz stehen bleibe. Instant Headshot. Franzi da, Franzi tanzt. Ja, ich... Jaa. Gibt's den Trailer-Raum hier? Ja, hier in der Ecke. Ah, da wo du dich versteckt hast. Da ist Sepp so genau hingelaufen. Hat auf die Tür auch noch geguckt. Und kann einer, hab ich... Dann aufmachen, einen Traitor. Deswegen... Das ist ja voll nice. Mach mal einer auf, bitte. Einer von euch hier muss Traitor sein. Er macht mal auf. Er hat einen Einmeter bevor ich da angekommen bin, hat der gestoppt, als er gesehen hat. Mach mal auf. Danke. Mach mal auf. Geil. So, jetzt bin ich hier drin. Nice. So, ich drück mal hier Knöpfe, ne? Drück mal Knöpfe. So, Dalu, was tut jetzt? Drück mal Knöpfe. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach so, ich kann dich selber aufmachen. Ich verhege dich, ne? Ich verhege dich, ne? Ich verhege dich, ne? Ich verhege dich, ne? Was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Sepp, ich lasse ja mal alleine mit Dalu denn jetzt weg. Ich bin wieder auf. Ja, ich bin wieder auf. Ich bin geschossen. Dalu ist es. Dalu ist es. Und Sepp guckt zu. Wo ist denn Dalu, wissen wir das? Sepp ist hinten in der Ecke. Die sind, Sepp und Dalu sind hinten in der Ecke. Und Jay ist im Traderraum drin. Nein. Und da ist grad irgendwas bei denen explodiert. Franzi ist doch auch hier hinten rechts in der Ecke. Ja, ja, ich, ich. Ja, ja, aber ich war im Wasser. Dann ist was von mir explodiert. Ich pack die Waffe weg. Ich pack die Waffe weg. Wär auch Detective, ne? Ich pack die Waffe weg. Ich pack die Waffe weg. Chris, äh, Chris, die Verfolgung. Ja, Franzi ist immer. Franzi ist immer das. Franzi ist böse. Was war das, Fischi? Die sind im Trader-Room. Die sind im Trader-Room. Die sind im Trader-Room. Die sollten gehen. Du hast die schlimmen Auge behalten hier. Ich hab was getrunken. Also, du kommst durch einen Teleporter zu diesen blauen Kabinen. Ah. Sehr gut. Da kommt irgendjemand von der Treppe. Ach, das ist Jay. Also nur damit wir da den Hinterkopf haben. Moin, Franzi ist es doch. Ne, ne, nicht confirmed. Achso. Oder? Nein. Wo soll ich das wissen? Ihr habt das doch gesagt. Ne, ne, die hat noch nicht geschossen. Die hat sich nur ein bisschen sass verhalten. Ich hab mich sass verhalten. Also, Bram scheint safe zu sein, weil auf denen es geschossen wurde. Ich bin dead. Oh nein. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Aber du bist angeschossen. Nee, runtergefallen. Aber wir haben drei. Bitte, du folgst mit zu mir. Dalu ein Böser ist. Dalu und Sepp. Wer schießt denn da? Franzi ist umgefallen. Ist jetzt unangenehm. Ich bin den immer noch nicht. Franzi ist einfach gestorben. Okay, ich komme zu dir an. Was? Nee. Ich will an... Ja, ey. Peter nicht. Ich bin angeschossen worden nochmal. Ja, der kommt doch hier rein. Was? Fischi, sag mal, bist du fertig? Womit denn? Mich angucken. Ich will nur sicher sein. Hast du auf mich geschossen? Ja, von hinten an die vorbei. Dalu, machst du mich mal einfach nicht? Ah, okay, alles klar. Ich kann auch Abstand halten, aber ich will in der Nähe bleiben. Da ist die Mine. Siehst du die da rein? Ja, der, ja, da. Die hab ich gesehen. Ja, mach einfach mal nicht. Was ist der mit Fischi? Ist Fischi doch böse vielleicht? Ich, ich häng hier ab nur. Der Lengu ist nicht Fischi. So. Mango ist Detektiv und da häng ich ab. Ich hab grad geguckt. Extra nochmal. Und die anderen haben noch nicht mal den, den... Eieieiei. Was brauchst du denn so lang? Ich wurde, ich wurde angeschossen. Mango. Mango, von den Umkleiden. Von den Umkleiden. Mango, hilf mir. Fischi, du bist genauso confirmed wie wir alle. Da ist nicht confirmed. Wie confirmed? Da ist nicht mehr Fischi. Filspeed Gun! Wie, warte mal. Was ist denn confirmed? Lol. Okay, TP. Wer? Nein, sorry. Oh mein Gott. Okay, der tauscht mal gut. Ist Fischi tot? Es ist Franzi. Aber ich glaube, ich hab sie. Ich glaube, Franzi war die dritte. Fischi eigentlich. Ah, lol. Okay. Toll, es war doch Franzi. Oh Gott, vielleicht hab ich Franzi doch nicht erwischt. Wo ist denn fucking Franzi? Ich dachte, ich hätt sie getötet. Ach, fuck. Wieso konnte ich jetzt nicht mehr ballern? Okay, Peter, wer ist es noch? Ja, jetzt bin ich der Letzte, wa? Mir geht das auch nicht mehr so gut, muss ich leider sagen. Ich glaube, wir sind nicht mehr annähernd, die Letzten. Ne, Dalu lebt glaube ich auch noch. Ich bin tot. Ich darf noch nicht reden. Ja. Muss mir an die Regeln halten. Das heißt, ihr holt mich jetzt leider, ihr Schweine. Ja. Also, da Fischi mich nicht gejoint hat, auf mich zu schießen. Oh. Ja, da schießt jemand auf mich. Ich hab leider 4 AP. Das war Peter, ich bin nämlich oben. Ja, das ist Dalu. Äh, okay, Dalu ist es ja jetzt nicht so ganz neu. Wieso? Weißt du, wo er ist, äh, äh, Lukas? Ja. Ja, obendrauf. Auf der Reling. Ganz rechts hinten. Chillt ihr da beide? Ja. Wieso komm ich da nicht durchschießen? Eieieiei. Nice shot. Hast du vor meinem ersten schon Schaden bekommen, Dalu? Äh, eigentlich mal hab ich Damage bekommen, ja. Ja. Ah, die AOG ist auf die Distanz. Als er wieder angefangen hat, auf mich zu ballern, Fischi dachte ich, du wüsstet, weil Peter war für mich. Fischi ist auf der Flüte. Ne, das war durch Schaffen und Problem. Ja, du, das war ganz schön fies von dir. Ja, gut. Ich dachte, wir wären cool. Du hast auf mich gezielt. Nee, ich hab dir ungefähr eine Minute zugeguckt. Nee, du hattest ja irgendwas vor. Nein, ich wollte einfach mit dir zusammen spielen. Hahaha. Dann fand ich ganz schön fies, dass du es nicht wolltest. Aber ich bin, äh, Bram, einfach nur da hinten in die Ecke gegangen. Und, äh, ab da so. Was ist denn hier los? Fischi ist gar nicht da. Ja, aber du hast auf den, auf den Raum so hart geguckt. So, ist das jetzt letzte Runde, bevor wir einen vernünftigen First-Personal-Shooter spielen, oder? Damn. Hater. Hater. Hater? Bei PUBG hat er das nicht gesagt. Hast du das gesagt? Nur nicht so direkt. Heißt du mal gleich noch Runde PUBG oder Hatt? Zwei sind auf K gewesen. Ja, da geht ihr PUBG und wir gehen Valorant. Da seh ich uns. Fischi, Fischi setz ich gerade hin. Okay, Fischi ist confirmed. Nein. Fischi ist, äh, Traitor? Kam ist ein Arsch. KOS? Konfirmig. Sag mal! Ich wart nicht. Ich wart auch nicht. Hallo? Geil. Hallo? Wieso willst du wissen, dass ich das... Hallo? Das sollte das sonst sein? Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Sie spielen nicht gleich League-Chat. Was soll das denn? Oh! Chat hat gute Vorschläge. Sehr gut. Ah! Ah! Huh! Das, was ich exponiere? Ich werde hier angeschossen. Von? Ich weiß es noch nicht ganz. Ich glaub... Ja, Chris. Ja, aber hab ich, hab ich. Chris ist tot? Sehr gut. Ja, ja. Da fliegt ein Schaf in die Ecke hin rechts. Was? Komm ich von hier in den Pool? Naja, komm, was soll's. Lol? Das ist die Leiche. Was soll's? Ich bin keine Leiche. Das ist Dalu. Wirst du ja das Gleiche mit mir machen wie Dalu. Ja. Oh! Sepp! Sepp! Ey, was ist das? Wir haben den Poolvergeist abbekommen, Leute. Ich bin Dalu. Es ist Sepp! Ich bin Sepp! Ich bin Sepp! Als ob du noch läst. Ist es jetzt? Jetzt bin ich tot nach der Riese. Stark, Dalu. Okay, mit wem hat er getauscht, ist die Frage. Er war stark. Wieso ist Mazar dann schon wieder tot? Oder mit Jay? War's das mit mir? Hast du mit Dalu getauscht? Ich hab's hier gefunden. Ob ich mit Dalu? Nein, Dalu ist runtergefallen. Der hat gar nichts gemacht. Wo sie denn Dalu getauscht hat? Was? Nein, der hat nicht getauscht. Ja, oben. Was? Was? Wer ist da low? Ich raff gar nichts. Also Sepp ist böse. Ist der noch am Leben? Auf mich wird geschossen. Ich weiß nicht mal, wo Sepp ist. Oder die Waldvieh. Jay wurde grad getötet. Was? Nein, Jay läuft hier nur rum. Aber wieso liegt sein Körper hier, hä? Ja. Okay, dann bin ich das offensichtlich nicht. Und du solltest mich nicht konfirmen. Warte, warte, warte. Der hat den Buddy von Dalu gefunden. Ja, der ist ja auch runtergefallen. Der ist... Hä? Okay, dann heißt aber, dass Jay vielleicht dann einfach mit dem Messer getauscht hat. Seine Identität auf der... Moment, ich habe die Identität getauscht. Die liegt tot an. Ich schieß ihn nicht ab, Peter. Du hast dem Buddy deine Identität gegeben. Aber leider hast du dich gezeigt. Hä? Aber da lag doch gar kein Jay. Also wo liegt der Jay? Doch, da lag ein Jay. Hier oben, Peter. Da... Vor mir direkt. Da liegt Jay? Da oben ist Sepp. Ich weiß gar nicht. Hier oben liegt der Jay. Ich habe ihn doch auch confirmed gerade eben. Ich bin nicht tot! Ja, aber wie kann das dann sein, dass dein Körper da liegt? Du hast... Weiß ich nicht! Sepp ist oben in dem Zwischenraum. Und der hat geschossen. Was ist der Zwischenraum? Da, ähm... Ja, ich weiß nicht, wie man den... Der liegt Smash Lunatic, äh... Lukas. Da kommt ein Schaf. Hab ich... Hab ich geschossen? Ich lebe noch. Ja, wenn der aber noch lebt, dann muss doch Jay jetzt sein. Nein! Christian! Ich hab dir nichts getan! Ich glaub, Christian lebt. Ich hab die Leiche, von der du redest, noch nicht gefunden. Nee, du hast vollkommen recht. Das war Franzi. Gleichzeitig wurde Jay irgendwo anders confirmed. Das ist wieder so krank. Nee, Jay hat die Leiche von Dalu. Das schießt auf mich. Ja, ich wurde auch abgeschossen leider. Scheiß-Polizionierung. Thomas, mach den Job auch gegen Mango. Wo ist der Peter? Wo hab ich denn hier oben wieder runter? Weiß hat einer? Äh, am besten ins Wasser. Na, Peter ist hinten. Na, Peter. Ich kann halt... Hab ich falsch gelesen? Das hab ich echt falsch gelesen? Oh, Peter ist links! Komm schon! Wuh! Peter ist ganz hinten. An den blauen Kabinen. Nice! Nice! Ich muss zugeben, ich war erst verwirrt, weil ich zugeholt hab und plötzlich kein Name mehr da stand. Wie bist du da aufgecheckt? Und hab ich nicht gecheckt, dass ich wiederbelebt wurde. Boah, selbst schade, ey. Ja, über den Teleporter von dem Automaten. Hätt ich dich da gekillt. Alter, auf einmal kommst du da hoch. Ich komm mit der Traitor Sprungfeder da hoch. Kommst du da nur mit dem Traitor hoch? Ja, ich hab eine Sprungfeder gelegt. Dalu hat das leider gesehen, und dann musste ich schnell Fischi wegmachen. Ich hab mal ne Frage, können wir irgendwann demnächst vielleicht noch ein anderes Spiel spielen? Wir können gleich drei Runden spielen. Irgendwas lustig? Wir sind gefangen in der TTT-Schleife TTT. Und noch eine Runde. 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 Drei Runden noch, Fischi. Danach spielen wir TTT. Drei Maps oder was? Danach spielen wir noch ein bisschen TTT. Dann spielen wir TTT zwei. Dann kommen noch drei Maps. Drei noch mal ein bisschen ab, Fischi. Dann sag mir Bescheid. Dann können wir schon mal rausnehmen. Dann geht's schneller. Ich bin's nicht. Warte, wo bist du? Warum? Ich bin's nicht. Ich bin in der Lobby noch. Okay, warte. Ich komme zurück. Ein Huhn habe ich gehört. Irgendwo ist ein Huhn. Ich bin's nicht. Ich weiß es nicht. Warte, hallo. Hast du das? Was denn? Die Huhngranate. Nee, ich habe hier nur eine Entwaffnungsgranate. Ich habe das Zoom. Das ist bei mir. Was hat das denn? Da kann aber nicht laufen. Das ist ein bisschen dumm. Das Huhn liegt wirklich hier. Ja. Und jetzt? Ein bisschen dumm. Da würde ich nicht hingehen. Wo? Ich bin ein bisschen auf hier. War easy. Dann können wir da auch knallen, oder? Ach so. Ich bin angesagt, du hilfst. Äh, 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 äh. Jaja, das muss irgendwo da sein. Das hat jetzt einen... Wer ist mit einer in die Luft geflogen? Wer war das? Damit kann man sich um 30 HP heilen. Megageil. Oh, Bienen! Spinnen! Oh, was hat er da gerade was hingeschmissen, wo er gestorben ist? Das war, ich habe die Huhngranate getötet. Die liegt da rechts. Spinnen! Ja, Malona, auf was schießt du? Genau hinter dir. Auf Bienen! Ja. Ich entwaffne dich jetzt, weil ich Angst habe vor dir. Es ist fishy, es ist fishy. Warum es ist fishy? Weil du gerade Masard getötet hast. Okay, fishy hat Masard getötet. Ich glaube, hier damit geht er ab. Hä? Hab ich überhaupt nicht, du Arschloch? Natürlich! Ja, ich weiß nicht, weiß nicht. Fischkopf, 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 Fischkopf. Ich habe Fischi getötet, der wollte eine Mine planten. Außer Bram. Also hier sind auch keine Leichen im Keller. Fischi tot, kannst du den confirm, Mango? Ich bin dabei. Ich bin fast. Du verlierst doch nur die Waffe. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Zef. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Zef. Nein, ich habe ihn noch getötet. Ich habe ihn noch getötet. Sehr gut. Sorry, tut mir leid, aber. Ja, es war Fischi indeed. Peter, Peter, Peter hat den Dete getötet. Peter hat den Dete getötet. Peter hat den Dete getötet. Ich bin Enno. Großer. Oh mein Gott. Wer war denn jetzt der andere, der Traitor ist? Ich habe nicht zugehört. Ihr habt zwei Traitoren getötet, ja. Bram ist der andere. Ja, Bram ist der andere, okay. Das ist nicht wahr. Jonathan hat gerade Dado gecallt, der ist in dem Raum drin. Doch, vor meiner Nase. In welchem Raum denn, Bram? Bullshit. In dem unteren Raum. Was ist denn der untere Raum? Ach, scheiße, du bist der andere. Ja, was? Ich habe ihn gar nicht getötet. Was ist denn der untere Raum? 20 Sekunden gleichzeitig hat Jay Dado. Ah. Ich habe zwei Traitoren getötet. Oh, lol. Ja, dann der Maschinenraum. Da war Jay. Letzte Runde. Im Maschinenraum, sag das doch. Ich töte hier alle. Jay mache ich auch noch. Wo ist der, Bram? Bram? Im Maschinenraum. Bram, wo ist der? Im Maschinenraum. Im Maschinenraum. Maschinenraum, Jay. Kann ich auch. Also eigentlich kommst du von da oben gar nicht mehr weg. Also außer sterben. Ist aber okay, Jay. Also Jay, ich kann dir sagen, wie man da runter kommt. Du musst runter ins Wasser springen. Dabei kriegst du 20 Schaden. Hast du so viel Leben noch? Das ist doof. Wir beschrägen da runter, läuft es safe, oder? Dann musst du jetzt leider sterben. Ja, okay. Fuck! Boah. Stark. Stark, Jay. Stark, Jay. Noch drei Runden, oder? Noch drei Runden. Noch drei Runden. Und fünf Maps. Noch drei Runden. Die zählt ja auch nicht. Können wir die nochmal wiederholen? Reset. Das war ja keine richtige Runde. Ne, das war ja mit Funs. Ne, das war ja mit Funs. Ne, die können nicht. Das war ein Reinkommer. Jeder, was passiert eigentlich, wenn du die Map neu startest? Aber das funktioniert nicht nochmal. Ah ne, Lukas ist das. Ich dachte, du willst dich wieder zwischen den Kisten verstecken. Ne. Das war aber lustig, Bram. Ich fand's auch lustig, Bram. Das war sehr lustig. War ein Burner, oder? Ich lache immer noch. Da pupst jemand. Jay, du stinkst. Da pupst aber ordentlich, ey. Der ist Detective also? Ja. War das Schönes gekauft? Pupsen. Pupsen. Fischi hängt mir schon wieder am Arsch hier. Mit Hangen. LOL, Alter. Ich geh grad von dir weg. Ey, ich hab jetzt am Arsch. Fischi hängt nicht mehr an meinem Arsch. Ich fand, das war die falsche Entscheidung. In Spider-Man garen wir besser geworden. Dallu, killt jetzt sofort jemanden? Ne, ne, ne. Zehn. Ah, ist schon tot, okay. Ich muss erst gucken, was er für eine Waffe hat. Ich glaub, sich's lohnt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Mal Luna, warte mal. Bist du zum Trailerraum? Bist du in meiner Nähe? Ich will VW Charan finden. Ja, du weißt, du kannst genau das neben dir jetzt. Ja, ich bin im Pool. Ja, hallo. Oh mein Gott. Bist du das? Oh mein Gott. Ja, hier, hallo. VW Charan? Das würdest du sehen, wenn ich ein großer VW Charan rumstehen würde. Glaub mir. Dann wärst du aber auch Traitor da, Luna. Ich hab da, ich wurde vom Detektive zum Deputy geschossen. Ja. Das war Jay. Ja, ich war da. Das muss ich gewesen sein. Jay und Dalu haben den Prop Explorer mit mir abgekriegt. Ich war das. Oh, Blani. Legende Dankeschön. Also es ist Maluna und Vango. Ja, hundertprozentig. Was? Da wird sogar grad Gift ohne Ende geschossen. Ja, dann ist es Kiss und... Wenn sie anfangen auf uns zu schießen, wir machen sie alle kaputt. Wo ist Peter? Peter ist bei den blauen Kabinen. Und die in Death. Ich war hier mit im Prop Explorer, Maluna. Das ist gut. Okay. Ah, ich wurde angeschossen. Von wo? Wahrscheinlich von Peter. Bei den blauen Kabinen. Franzi hatte was Großes aufm Rücken. Franzi war eine. Aha, sehr gut. Sehr gut. Dalu ist auch low. Warum ist Dalu auch low? Weil ich auch den Prop Gedöns abbekommen hab. Der hat auch den Prop Explorer, den Prop... Ah, gut. Dieser RightIX Week server geht's historical raus. Ja. Wie funktioniert dieses Atelier Ich denke? Zep, iiyo. Wumme, wein bestiehits dich damals? Nein, socklaue Tür. Ach, der funktioniert insgesamt nicht. Doch, doch, der funktioniert schon. Wir sind hier drin. Zepp und der P.H.Pter. Wieso? Dahinten, in der blauen Tür. Aber ich bin doch wahig geschild. åh… Peter ist doch immer noch in der blauen Kabinen. Ja, ja, ich weiß. Der hat beschossen. Peter, jetzt kommen wir mal raus da. Sepp ist 1 im Gang zum Spawn, der hat 1 AP. Ich muss erstmal da hinkommen, ich kann die nicht springen. Nee, nee, du bist 1-Shot. 12. Kann ich nicht. Machs gut, Sepp. Hey, du kannst nicht heilen, oder? Wer ist das denn jetzt? Ist das Spawnen? Sepp und Peter. Sepp und Peter. Peter macht gar nichts mehr. Hallo, der ist ja irgendwie links. Ich weiß, ich weiß. Oder ist der schon tot? Nee, noch nicht. Wo ist der denn? Jetzt, warte. Nein, mein Mirror Fan hat nicht mehr gezündet.